Und eine kleine Erklärung vorher, warum ich überhaupt so aussehe. Also, ihr wisst ja, was Drag Queens sind. Das sind meistens männlich geborene Menschen, die sich fabulous eher feminin anziehen. Dann gibt es Bio Queens, das sind also Damen, die dasselbe tun. Ich bin aber ein Cyborg. Also ich bin eine Borg Queen. Und ich habe mir heute auch eher gedacht, ich möchte lieber so aussehen, so ein bisschen spaceig, schick und nicht unbedingt als Drag King kommen, weil als Drag King hätte ich, glaube ich, bei meiner Figur eine Wahl. Ich könnte als Fefe kommen. Gut, aber zuerst herzlich willkommen zum Augenklaus. Den werdet ihr bekommen. Es wird an manchen Stellen wirklich anstrengend. Und ich warne jetzt, falls wirklich jemand zur Epilepsie neigen sollte. Sollte. Aufpassen. Denn es wird wirklich augenklausisch. Und hiermit möchte ich auch euch rohe Ostern wünschen. Und viel Spaß und lasst die Eier nicht platzen. Gut, zuerst. Das ist eine Rubrik, die habe ich auch schon in meiner letzten Design-Horror-Präsen-Show gehabt. Die elegant gegen die Wand gerannt. Sehr schönes Interieur. Ich würde immer noch gerne wissen, wo das ist. Das sieht gut aus. Das wäre ein schönes Wohnzimmer. Und das Schöne war, also so ein bisschen als interne kleine Geschichte zuerst, diese kleine Show, die ich hier letztes Jahr in Braunschweig gemacht habe, es hat sich so weit irgendwie ins Netz in richtige Designerkreise vorgewandt, dass ich quasi eine abgewandelte Version in Düsseldorf beim Designertreff halten durfte. Und soll auch recht herzlich nochmal an dieses Forum an den CCC grüßen, dass die sich gefreut haben, dass ja endlich auch Computer- und Netzaffine Menschen kommen, die auch ein bisschen von der Netzkultur eine Ahnung haben. Und ich kann euch auch sagen, also wenn ihr Lust habt, irgendwas mit Gestaltung zu machen, irgendwie auch mal mit Designern, Gestaltern zu reden, tut es. Die freuen sich, die lieben diesen Austausch. Wir kommen gleich dazu, Schätzelein. Mach dir mal keine Sorgen, du kriegst doch genug Comic-Sans. Ein Versprechen. Das war ein Verlangen. Er wollte es. Da ist so, er wollte es doch auch. Gut, aber zuerst fangen wir an mit, also eleganter, schöner Typografie, mal ganz kurz, denn ich habe dies hier mal im Netz gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es versaut ist oder ob es eher einfach, ja, sehr, wie könnte man sagen, einfache, simple, so reduzierte Typografie, dass ich nicht mal weiß, dass das Buchstaben sind. Ja, es sind Buchstaben. Das ist nämlich von der, seit 2009 sogar mit dem Preis ausgezeichnet, die Corporate Identity von der Universität von Aarhus in Dänemark. Und da sind die wirklich hingegangen und haben sich also diese Glyphen hier überlegt. Und ich sage mal so, ich bin wirklich fantasievoll, aber selbst ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Es sieht schön aus. Es sieht wirklich schön aus. Ich würde mir vielleicht sogar mein Türschild auf der Arbeit so machen, da weiß keiner, wer dahinter ist. Übrigens, geile Anonymisierung. Aber, nee. Das sieht auch sehr schön aus, aber keine Ahnung, was das wirklich sein soll. Und ich glaube, meine erste Assoziation war dann auch so ein bisschen an meiner Jugend, wisst ihr ja, damals TM. Ich weiß nicht, ob jemand das noch kennt mit der Standard. Standard, ja, Standard Galactic Alphabet, hab ich als Teenager sehr geliebt. Und, äh, genau. Außerdem, für die etwas Jüngeren von euch, kennt ihr es auch hier. Denn in Minecraft wurde es tatsächlich für die Enchantments, das fand ich sehr, sehr schön, ganz toll, dass also das Standard Galactic Alphabet in Minecraft mit vorkommt. Gut, auf jeden Fall, Aarhus University. So sehen halt auch noch diverse Materialien von denen aus. Es ist wirklich schön, aber es ist unleserlich, Schätzelein. Ja, aber meistens, das Auge, das Auge mag es schon, wenn es was erkennt. Und wenn das Auge einfach vor so kryptischen Scheiß steht und das Gehirn weiß, da muss aber was stehen. Ja gut, aber wenn es Deko ist, kenne ich nur so Schnörkel, Schnörkel, Schnörkel. Aber das Gehirn denkt sich ja dabei, da steht was. Augen sagen, ich kann nichts lesen, Gehirn sagen, aber da steht doch was. Nein, ich kann nichts erkennen. Da steht aber was, jetzt lies das endlich, du Arsch. Okay. Derweil auch Eleganz, das ist ein Stück, das ich jetzt, das hatte ich damals extra für die ganzen Designer in Düsseldorf. Ihr wisst ja, Düsseldorf, da geht es viel um Fashion. Und dann hatte ich mal für die was über skandalöse, berühmte Kleider gemacht. Und wie halt international gibt es ja immer wieder sehr, zwar skandalöse, aber meistens sehr coole Klamotten. Und die sind alle irgendwie cool. Also vor allem Lady Gaga, hallo, sie trägt Steak. Ich hab das nur auf meinem Teller. Das ist geil. Und selbst J-Lo da mit diesem grünen Etwas, es hat eine gewisse Eleganz, es ist alles okay. Aber dann kommt man nach Deutschland und man kennt das oft von den roten Teppichen bei irgendwelchen Filmpreisen. Oder auf den Oscar-Verleihungen, da laufen dann nicht alle, aber die meisten deutschen Promis runter. Und man denkt, oh Gott, jetzt ist Gelsenkirchen da. Und das war halt auch mit diesem berühmten Kleid. Das ist so schrecklich. Als sich die Springerpresse über etwaiges Vorhandensein von Höschen aufregte, war mir das völlig egal. Die hätte irgendwie von mir aus den Tamponfaden raushängen haben können da drunter. Das war mir egal. Dieses inkohärente Design. Dieses, das war so Anfang der Nullziger, da war das Modern, das war so Rammstein-Style. Das war so, oh Feuer, wir sind lebendig und wild. Obwohl die Nullziger gleichzeitig das spießigste Jahrzehnt war, das ich je in meinem Leben erlebt habe. Da sind die Achtziger sogar nichts dagegen gewesen. Auf jeden Fall ganz inkohärentes Design, super teuer, grauenhaft. Wie bitte? Ja, die Gitarre stimmt, ja, die Gitarre. Ja gut, schönes Detail, ja. Das ist ein Trostpreis quasi. Gott, am Gottschalk ist man doch schon Koma gewohnt. Da ist das Auge schon, das ist quasi abgewetzt, das Auge, weil er das schon seit Jahrzehnten gemacht hat. Natürlich, vor allem passen die beiden nicht zusammen. Höchstens der Blumenstrauß, der sieht irgendwie halblich, naja gut, ich weiß nicht. Und da hinten die Musiker, die sehen sehr geschmackvoll aus. Die Damen da und Herren, die da sitzen, die sehen ganz nett aus. Der Rest ist alles. Ja gut, dann sieht man dagegen, dass J-Lo damals, das war glaube ich eine Grammy-Verleihung an, hatte auch ähnlich kurz. Und das sieht halt, um jetzt mal so aus dem Design, also auch was Modedesign betrifft, so ein bisschen aus dem Blick heraus, das ist deswegen kohärent, weil man sich einfach vorstellen kann, gut, das ist erstens alles grün, das passt alles zusammen, ist aus einem Guss. Und es ist quasi dieses Kleid, wie so eine Robe, festgehalten mit dieser Brosche und drunter ist wie so eine Badehose. Also es könnte auch so, die Diva stieg aus dem Pool und entschloss sich, heute gehe ich zu den Grammys. Ich ziehe mir nun mal schnell was über. Paparazzi! Ja. Ich meine nicht Ratzinger, sondern die mit dem Kamera. Gut, auf jeden Fall möchte ich von Kleidungsstücken her so einen Überlauf machen, weil jetzt geht es von der Eleganz langsam weg, hin in den ersten Station Augen, Klaus. So was hier, da weiß man also auch nicht, das ist so dieselbe Geschichte mit Gehirn und... Ja, du weißt es nicht, du weißt, da steht was, aber dein Gehirn kann es, kann not process. Es ist alles, es ergibt wirklich keinen Sinn. Und das nächste, was es kommt, ist auch etwas, seitdem es diese Marke gab, habe ich immer wieder gesagt, wie kann man nur, es ist zwar schön geformt, es ist eine schöne Typografie, aber wie kann man Majuskeln und Minuskeln zusammenbringen? Insonsten, was ist, also ich habe immer gesagt, es steht da Vieta, Viera, und dann habe ich das irgendwann mal gegoogelt und es soll Viera heißen. Aber das ist dann eine, die R als Minuskel, also Kleinbuchstabe, zusammen mit den anderen als stilisierte Großbuchstaben, Majuskeln, ganz grauenhaft. Das ist eben innovativ. Ja, innovativ. Das ist Kunst, das muss man nicht verstehen. Du weißt, somehow under the level, way down low. Und so geht es auch weiter, nämlich nach Microsoft. Das ist so schön. Ist das nicht schön? Kriegst du später an der Kreuzung fuck you, open you und get off dot com. Und weiterhin, weil Schmerzen, auch sehr teuflisch, haben wir auch sowas hier gefunden. Also der Sat ist an. Satan. Und jetzt was offizieusliches, das ist also auch irgendwie demokratiebetreffend, ist also das hier von der US-Post für die Briefwahl. Schön, aber ich kann es nicht lesen. Was soll das? Das ist so, ja, Ton in Ton kannst du machen mit Klamotten, aber mit Schriften, nee. Und wenn wir nämlich schon bei schrecklichen Dingen sind, möchte ich euch noch ein bisschen, es gibt ja diverse, wie könnte man denn sagen, große Lehnsherren im Netz quasi, die heute etwas schicker auftreten, aber da zum ersten Mal sahen sie damals so aus. Ja, und das sind noch mehr Ostereier. Sehr schöne Platzierung. Da weiß man ganz genau, da gibt's Scheiß-Eier. Ja. Und dann hat man noch, genau, wenn wir schon bei Eiern sind, also so irgendwelche netten Nahrungsmittel, dann gibt's da noch so schöne Online-Werbung, da kommen auch nachher zu mehr Online-Werbung, aber da habt ihr auch das erste Stückchen Kommissanz. Also wenn sowas, also das hab ich jetzt irgendwo gefunden, aber wenn sowas bei mir aufploppen würde, also ich glaube, meine Nachbarn würden noch vom Stuhl fallen, so laut würde ich schreien. Das ist so grauenhaft. Und dann dieses, sorry, not sorry. Ja, sorry, not sorry, Arschlöcher. Oder hier diese Anwaltskanzlei. Ist die Frau klein? Ist die vielleicht etwas kleiner? Ist das die Tochter von denen? Warum ist die so klein gegenüber diesen anderen? Und warum sieht das so schrecklich aus? Warum sieht das wie so eine komische Wahlkampagne aus? Okay, das sind... Ach so, die Assistenz. Ach so, die Assistenz, ach so, und deswegen ist sie ja halt... Stimmt, das steht on license. Stimmt, weil sie keine Lizenz hat. Und man sehe, selbst in Amerika ist man bürokratisch, ist sie kleiner. Ist sie kleiner. Und das nächste, da hab ich mich echt gewundert. Ich hab ja seit ein paar Monaten mit Sport angefangen. Und vielleicht gibt es, gibt es sportliche Leute hier unter euch? Eins, zwei, ja, drei. Vielleicht seid ihr so sportlich, dass ihr wisst, warum sich manche mit gewissen Fitnessgeräten Limetten an den Kopf halten. Aber warum, ich frage mich halt nur, was hat das mit diesem Produkt zu tun? Ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, also, ein Handtuch hätte ich verstanden, weil man muss immer sein Handtuch dabei haben. Aber eine Limette? Okay, okay, das lass ich gelten. Ich lass das gelten, sehr gut. Vor allem, es ist besser als diese Fitness-Shake-Plörre, die es sonst im Fitnessstudio gibt. Also, in so einem Hacker-Gym wird es dann statt dieser Plörre immer Junk geben. Sehr schön. Oh mein Gott. Ich glaub, du wärst echt Graphic-Designer wie dieser Mann hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber ja. Comic-Sans, ihr wolltet es doch auch. Vielleicht reicht das doch bei, wie heißt das wieder, bei QWERTY ein. Vielleicht drucken die das dann. So, aber jetzt geht's weiter, jetzt wird der Augenklaus noch ein bisschen hochgedreht und es ist ja nach Mitternacht, das sind, glaube ich, auch keine Minderjährige hier, weil es gibt zwischendurch auch ein bisschen Adult- oder sehr questionable-Content. Also, das nächste handelt es sich um einen Deckel, so eine Art, manche Leute benutzen das, so wie wir, so Klumpatsch hier gerne haben, so unter uns. Dann gibt's andere Leute, die haben gern so Zeugs, das sie über Klorollen oder über Kleenex-Packungen machen. Und hier ist eine Kleenex-Packung, sie ist eigentlich von Leuten gemacht, die das wirklich für, also jetzt nicht im Sinne von gewissen dunklen Ecken des Internets, sondern eher wirklich harmlos, ja für Kinderfreunde. Nicht schön und ich glaube, das ist vom selben Produktdesigner. Ja, so würde ich auch sagen, wenn ich das entworfen hätte. Aber wir wollen immer noch weitergehen. Ich habe nämlich, manche, die mich kennen, kennen das schon, nämlich ich habe nämlich eine private eigene Verschwörungstheorien, die Prominente betrifft. Und zwar habe ich immer wieder gesehen, dass es manchmal Prominente gibt, die aussehen, als ob sie mit anderen Promis gemorpht wären. Und also hier, das ist zum Beispiel die Inkarnation, also wir wissen es, also Nicolas Cage ist wie immer dabei, er ist ja überall. Aber das ist halt noch mit einem gewissen, er wird ja gerne Schockrocker genannt. Das ist ja der presseübliche Begriff für diesen Mann und das ist diese Mischung. Und dann habe ich mir mal lange, das war damals noch im Studentenwohnheim, auch das Netz war kaputt und nicht mehr, war total langweilig, da habe ich darüber nachgedacht, was ist das jetzt eigentlich schon nicht, wie ist es dann gekommen, das ist völlig klar. Es gibt nämlich im Weltall, gab es eine große, große Weltraumarmöbe. Das ist nur ein Servierbeispiel. Diese andere Weltraumarmöbe, die ich meine, das ist Amöben Joe, heißt er. Und Amöben Joe fliegt so durchs All, ihm ist langweilig, findet nichts zu tun und kommt plötzlich zur Erde. Und dann kommt er hier zur Erde und möchte sein Raumschiff parken, aber die intergalaktischen Behörden sagen, nee, 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 Amöben Joe, wenn du hier im Orbit sein willst und da sind noch ganz viele andere Schiffe da, dann hast du bitte Parkgebühren zu bezahlen. Und die Parkgebühren sind exorbitant hoch. Und damit Amöben Joe sich das also leisten kann, muss er sich noch etwas Geld nebenher verdienen. Und dann guckt er sich also die Erde an und sagt sich, ja, guck mal diese Leute. Und ich glaube, ich könnte mit meinem Hirn strahlen, die Leute treffen, die jetzt gerade keinen Aluhut aufhaben. Und mit denen kann ich ganz viel Spaß haben. Und dann bringe ich die dazu, Dinge zu tun, die total doof sind und lustig sind. Und dann mache ich eine Kooperation mit den Medienunternehmen, gründe vielleicht selber noch welche und bringe das dann in die Medien und kultiviere das. Und ich sage mal so, in Deutschland ist sowas rausgekommen. Das war, wo war das denn bei diesem Promi-Dinner? Das waren Leute, die im Big Brother, nicht Big Brother, doch, der eine war Big Brother, der eine, glaube ich, das andere war in so Dschungelcamp, genau. Aber das sind auch so Leute wie Kardashians oder Paris Hilton und so, das sind alles so Amöben-Show-Opfer. Und deswegen sage ich immer wieder, wenn sowas ist, das ist alles von Amöben-Jows neben dem Imperium, damit er seine Parkgebühren zahlen kann und sich weiter die Leute auf der Erde anzugucken, sie Geld verdient, um seine Parkgebühren zu bezahlen. Deswegen haben wir das. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Jetzt möchte ich euch, aber bei Verschwörungstheorien geht es ja oft um Details. Jetzt möchte ich euch mal einen Detail zeigen. Ihr seht hier. Das ist Tarnmuster. Und wer bei meiner letzten Design-Horror-Präsen-Show genau aufgepasst hat, weiß, dass diese Leute unter dieser Decke, die ja auch Tischdecke genannt wird, sich ein Tisch verbirgt. Das ist nämlich dieser Geselle. Nein! Ja, die wollten das halt verbergen. Ja. Und ist diese Wand nicht schön? Das ist so 90er Jahre. So 90s. Many Mediterranean. Amaze. Seht ihr dieses Herzchen da oben? Ja, dieses, dieses, das ist dann so ein Drahtstängel. Genau das. Das ist so nutzlos. Ich weiß nicht, was das tut. Ich glaube, da ist das nichts, was irgendwie, vielleicht funkt oder so. Es steht nur da. Aber warum? Es ist ein Staubfänger. Das braucht man nicht. Wie schön ist es. Ich will deine Wohnung nicht sehen. Nicht in meiner Wohnung, aber ich glaube, sie glauben das nicht. Ach du, du meinst, Deko ist ein Glaube? Das erklärt viel. Das erklärt ganz viel. Danke. Deko und Deko ist eine Geschmacksfrage. Ja gut, das hat auch mit Glauben zu tun. Und mit Geschmack kann man viel streiten und macht viel Spaß. Ja, ja, das kann man. Und wir können auch weiterschauen, wie die Sachen noch immer viel schlimmer werden. und wir langsam, aber sicher, der Dämon Nein sagt. Denn jetzt ist der Teil gekommen. Das Inferno. Wir sind nämlich jetzt in der Hölle. Und wie ihr wisst, in der Hölle, wie auch der alte Kollege Dante, gibt es verschiedene Sphären in der Hölle. Und ja, Das fängt an mit dem Limbus. Der Limbus, ja, klingt ein bisschen wie das hier. Ja, Limbo, so heißt Limbo, heißt das auf Englisch und Latein so, Limbo. Aber Limbus ist halt bei mir, sag ich ja, in diesem Tortoise-Inferno, in meinem Inferno, ist das halt so der Ort, wo die Leute, unter Symbolspät sprech, sich nicht committed haben. Und ja, es ist ein Ort, ein Nicht-Ort, oder doch ein Ort, wo sich ganz viel Datenverkehr und viele Infos und viele Meme treffen und Dinge passieren, aber teilweise einfach wegen zu wenig Commitment nicht wirklich raus können, sondern sie schweben zwischen hier und dort, zwischen verschiedenen Netzwerken und sind wie eben die Seelen im Limbus. Der Limbus ist ja die Vorhölle oder die Hölle, in dem die Seelen landen, die jetzt ohne eigenes Zutun wirklich in die Hölle müssen, sondern ja, eigentlich okay sind, aber sind meist Heiden oder irgendwie. Einfach Leute, die jetzt nicht wirklich geglaubt haben. So Leute wie wir, wir werden im Limbus landen. Oder am Biervulkan. Und ich meine allerdings, das hier ist der Limbus. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr nämlich, je nachdem wo ihr seid, das Webinterface benutzen müsst und dann wollt ihr euch anmelden, dann kriegt ihr erst mal den Augenklaus, weil dann wechseln die Bilder mal hin und her. Während ihr gerade euer langes Passwort eintippt, kommt dann immer diese ganzen Fratzen hin und her, vor allem diese beiden Schlandköpfe. Also ich habe schon öfters Twitter geschrieben, was soll die Scheiße, macht die Kacke weg, das ist so schlimm. Vor allem, also weißt du, ja, ich darf das. Und ich sage mal, ein Bild reicht doch eigentlich auch, committet euch doch einfach. Aber nein, im Social Wasteland, da committet man sich nicht. Da gibt es halt auch Phänomene, wie Leute, die sagen, ja gut, ich bin zwar nicht immer auf Twitter, aber ich sollte auf Twitter sein, vor allem, weil ich vielleicht auch noch ein bisschen Social Media Marketing mache. und die Beispiele, die ich jetzt bringe, muss ich als Disclaimer sagen, die Leute, die kenne ich und das sind eigentlich wirklich nette Menschen. Bis auf, und ich habe die schon öfters darauf angesprochen, einen der Kandidaten habe ich sogar gesagt, dass er hier vorkommt, allerdings habe ich das trotzdem geschwärzt. So nett bin ich und habe denen gesagt, das ist einfach so schreckig und das liegt nicht unbedingt nur an dir, sondern es liegt einfach an diesen Interfaces, die einfach kacke sind. Ihr kennt das vielleicht. Seitenweise. Ich habe ein Foto auf Facebook gepostet. Ich habe ein Foto auf Facebook gepostet. Oh, übrigens, falls ihr es nicht wisst, ich habe ein Foto auf Facebook gepostet. Noch schlimmer sind die hier. Immer nur das. Ich frage mich wirklich, entweder haben sie ihren Twitter-Account vergessen und haben irgendwo mal was bei Facebook eingegeben, Teile auch auf Twitter und vergessen, das Häkchen wegzumachen. Aber es geht gar nicht. Ja. Da wird einfach rumgemüllt und es ist einfach half-assed, halber Arsch, auf Twitter halber Arsch dort. Und ich muss ehrlich sagen, die Leute, die also wirklich eine Ahnung haben, wie man kommuniziert und wissen ja gut, das sind verschiedene Töpfchen, wo man halt drin ist, haben entweder nur ein, zwei Social-Media-Dinger und ansonsten kümmern sich darum, okay, für dieses Format poste ich so, für das andere Format poste ich so und dann habe ich auch den ganzen Arsch drauf. Genauso hast du es mit Instagram. Gehört ja auch zum Gesichtsfolgernden. Es sind Leute, die sagen, ja gut, die müssen diese ganzen Hashtags dran knallen, weil das aus Instagram kommt und dann schreiben sie auch noch Jummi falsch. Nie der mit Direkt-Sreibung. Ja. Ja, ihr seht auch da unten dieses Paperly. Kennt ihr das? Und da sind Leute so, oh, mein Paper Daily ist out. Und es kommt immer wieder von irgendwelchen Leuten, die posten das dann und sagen, oh, mein Paperly. Ich habe dann mal auf, vielleicht kommt das auch gleich, habe das auch mal auf Twitter so eine Umfrage gemacht, wer liest die überhaupt? Ich habe, glaube ich, 40 Antworten bekommen und alle haben Nein gesagt. Ja, weil du dich sonst nicht aus dem Lesen rauskommst. Auf jeden Fall. Hat man also hier das Bild dann noch? Ja. Es ist hübsch? Ja. Niedlich? Ja. Aber, ja gut. Ist trotzdem. Instagram müllt halt voll. und, nee, interessiert mich nicht, Leute. Und ich habe da mir schon selber gesagt und ich habe das öfters sogar auf Twitter gesagt und Twitter geschickt und ich denke, vielleicht wäre es und vielleicht sind hier Leute, die können sozusagen meine, diese Design-Idee, die ich jetzt sage für Twitter, was zum Beispiel Interface zwischen Instagram und Twitter betrifft, aber ich muss jetzt erst mal es drücken, weil das will ich noch mal zeigen, ist halt zum Beispiel, du hast hier also die, die Hashtags, die sind ja quasi ausgelagert und dann hat man die Nachricht und wenn man das bei Twitter auch noch übernehmen könnte, dass die Hashtags ausgelagert wären und man dann diese 140 Zeilen Text hat, es wäre besser, anstatt einfach solche Wüsten zu haben und die Leute denken, oh, da klicken die doch drauf, die Leute suchen doch nach diesen Hashtags. Da hast du aber meistens nur Marketingleute, die Marketingleute, die Marketingleute suchen, um Marketingleute zu gucken. Aber wirklich Kunden oder Menschen und es sind halt Leute, die haben so Reiseblogs oder Berichten von dies und das und das ist ja wirklich nicht uninteressant. Die werden zwar auch von den jeweiligen Reiseveranstaltern dafür bezahlt, auch in Ordnung, das ist ja auch Arbeit, sowas zu schreiben und auf alle Dinge zu achten. Das ist ein bisschen wie etwas schönerer Mystery-Shopping-Job quasi. Aber trotzdem könnten ja auch die Netzwerke, also technisch, einfach auf diese Leute zugehen und sagen, okay, du hast Instagram, aber auch Twitter und dann wenn es bei Instagram funktioniert das halt mit diesen Hashtags. Twitter hat zu wenig Platz. Komm, lass uns irgendwie mal so ein Middle-Ground finden. Schön wär's. Gut. Und das ist halt mit diesen Profis. Und wie gesagt, don't half us two things. Ron Swanson, kennt ihr ihn? Gut. Ich, ich, okay, ich detektiere kulturelle Bildung in diesem Raum. Das ist schön. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, ja gut, diese zentralisierten Dienste sind blöd. Kann man ja auch alles dezentralisieren. Wäre auch schön. Und dann habe ich jetzt einfach mal, habe ich mir so den Hut eines Noobs aufgesetzt. So quasi, so ein Noob-Hut. Und mir dann überlegt, gut, ich bin jetzt mit meinem Noob-Hut hier unterwegs und habe jetzt quasi von einem IT-affinen Kumpel erfahren, das ist ja auch Gnu-Social gibt und gerade auf einem Zettel aufgeschrieben bekommen, wo ich da hin muss. Okay, das ist die Seite. Hm, ja, sieht so ein bisschen 2005 aus. Gut, das ist Open Source. Das sieht aber trotzdem so aus. Und dann klicke ich halt da drauf. Bin da. Okay. Als Noob gucke ich das an und sehe einfach nur Zeugs und nichts, was mich wirklich anspringt. Und die Noobs wollen Grafik und einfache Sachen, also sozusagen, dass die Grafik die Augen führt, um sie intuitiv irgendwie dazu zu leiten, die Sache auch richtig zu benutzen. Ich dann so mit meinem Noobhut sagt mir, nee, dann gehe ich wieder zurück. Ich raff das irgendwie nicht und gucke mir dann genau das nächste an, da so nochmal so und gehe dann da hin und sehe, oh Inge, so eine lange Liste, auch nicht schön. Nochmal zurück. Ja, für uns ja. Für die denken die einfach, oh, das ist fast so Computerexperten, das weiß ich nicht. Susi, du studierst doch Informatik, kannst du mir das erklären? Ja. Und dann gehe ich halt nochmal da hin und sehe das Viki. Ja, ist in Ordnung, aber Mädels, wir müssen reden. Wenn ihr wollt, dass freie Software und freie, also sozusagen auch so ein großer Hub für die verschiedenen dezentralisierten Dienste auch wirklich gut aussehen, dann, ihr kennt vielleicht zum Beispiel Sadden Gray auf Twitter. Ich würde auch dazu gehören und es gibt so ein paar andere Leute, die so langsam versuchen, da sagen, gut, wir sind irgendwie auch eher designbegabt, nicht unbedingt programmierbegabt oder administrativ begabt, sondern wir würden auch gerne helfen, damit die Dinge auch ein bisschen besser aussehen. Also wo wahrscheinlich sowas schon stattgefunden hat, war hier. Quitter ist toll. Quitter ist auf jeden Fall ein von diesen Diensten, wenn jetzt ein schlauer Mensch mir als Noobhutträger gesagt hat, nee, geh nicht so genug Social, sondern du kannst besser bedienen, geh zu Quitter und das ist wie Twitter und da kann man sich da verbinden und funktioniert das. Wunderbar. Gut. Jetzt gehen wir aber vom Limbus in die nächsten Sphäre der Hölle. Das ist da, wo die Wollüstigen sind und da wird es etwas puffig. Und es ist also auch so bei Dantes in Ferne, das ist so der Teil, wo, ja, das sind halt Leute, die viel Sex hatten und damit halt gesündigt haben, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und da ist mir halt, ich möchte auch erst was Positives zeigen, weil ich das echt geil finde, also das gibt jetzt zu XCOM 2 so das erste DLC-Paket und da gibt es ja, wie so oft, irgendwelche Modifikationen für Figuren und ich muss sagen, das sieht in Ordnung aus. Das ist echt cool. Das sind einfach, ja, gute Figuren, sieht nicht unrealistisch, nervig aus, sondern es gibt eine hübsche, sexy Frau in verschiedenen Arten und es gibt einen netten Mann sogar. Da hat man einfach an alle gedacht. Das ist völlig cool. Wunderbar. Kannst du gleich flachlegen. Toll. Aber jetzt geht es erst mal zum Mainstream und zwar zu meinem Wohnort Düsseldorf. Da hat also, ist ein kleines Eklat wegen einem Werbeplakat für ein Bordell gewesen. Das war auch bei mir in meiner O-Bahn-Station. Ich habe das gesehen und dann, ja, wir haben das, wir haben den Namen des Bordells gepixelt, weil Google Street Move Style und jeder weiß, was dieses Ding ist und dann hast du meistens, das haben ja viele, so die Rheinische Post hat ja mittendrin dann immer noch ein Bild für einen anderen Artikel. We like the moon. Ja. Und dann am Ende hat man ja noch die Related Artikel. Da ging es um dasselbe Plakat. Und zwar die ganze Zeit. So toll gepixelt, Leute. Echt gut. Aber bitte passt doch auf, dass dann auch der automatische Content vielleicht dann auch gepixelt ist. Ihr Spezialisten. Ja, ansonsten backt euch halt ein Eis. Tja, backt euch ein Eis. Und da der junge Mann hier ein Eis hat, passt das auch zum nächsten Kreis der Hölle. Das ist nämlich die Völlerei. Hier geht es allerdings weniger jetzt um Essen, sondern da geht es mehr um so eine Art Gefräßigkeit nach Daten oder Geltung. Und das Erste ist, das ist sogar ein Mitbringsel von meinem Hinweg. Und zwar, ihr kennt ja diese wunderbaren Bezahltoiletten. Die ja eigentlich, ja gut, man bezahlt, dafür kriegt man ein sauberes Klo unterwegs. Früher kostet es 50 Cent, jetzt 70 Cent, aber für 50 Cent kann man ja noch so einen Gutschein einlösen. Und dann stand ich da, hab mir die Hände gewaschen und mir ist das aufgefallen. Das ist ein Screen. Sag ich mir, okay, ist das so teuer geworden, dass wir alle Leute, diese Tausenden von Leuten, die den ganzen Tag kommen, jeden Tag, jeden Tag in der Autobahn, immer diese 70 Cent Zahl, reicht das nicht aus? Müsst ihr jetzt noch Werbung machen? Also mit diesen Screens, das gibt es ja auch in den Klo-Kabinen nochmal so diese Ambient-Werbung, aber müsst ihr unbedingt jetzt noch so diese Bildschirme kaufen und dann mit diese wechselnde Litfaß-Säulen-Werbung auch noch beim Händewaschen uns damit bespaßen? Also ich find das so ein bisschen gefräßig. Das ist... Ja, das fand ich ja nicht so schlimm. Da hast du einfach krass ja kaputt gemacht und das scruncht. Aber genauso auch so eine schöne Ambient-Werbung. Stell dir vor, da musst du da kacken. Aber ich denke, auf dem Klo denke ich, dass es vielleicht auch dieser Dispenser passen würde. Schön, ihr pisst euch ja alle in die Buchsen. Ja, das ist ja amüsant. Aber jetzt geht es weiter zu Dingen, die kann man amüsant finden, aber die sind, glaube ich, eher nervig. Dieses Statement, das jetzt kommt auf Twitter, das passt einfach so vorne hin. Das ist, glaube ich, kennen wir alle. Wenn wir gerade mal keinen Adblocker haben oder gerade irgendwie uns das erwischt, dann... Bling, blum, bling, blum. Da denkst du so, Leute, ihr wollt doch, dass ich eure Sachen lese. Was wollt ihr von mir? Und da gab es also sogar einen schönen Tumblr von jemandem, der 2013, also auch schon vor drei Jahren, der sagt, ja, TLDR, Tap, Close, Didn't Read. So ist das auch. Und ich habe jetzt mal so eine kleine Visualisierung gemacht, wie sich das so ungefähr anfühlt. Schön, ne? Und dann hat man natürlich, weil wir Hacker sind, gibt es eine Tool-Diskussion. Da habe ich mir also für meine Tool-Diskussion über das Thema Newsletter abonnieren oder hier das, was ich da eingeblendet habe, bevor sie gehen. Also so diese, wo sie quasi hingehen und die Lightboxes darauf anspringen lassen, wo deine Maus gehen geht. Und wenn du zum Beispiel auf irgendwo, um weiter zu gehen, blenden die noch mal ein, bevor sie gehen, können sie doch bitte unsere Umfrage ausfüllen? Nope. Und da habe ich mir angeguckt, wo kriegen die Leute das her? Und da gibt es mittlerweile natürlich Firmen und die haben auch Blogs, die so etwas anbieten für Leute, die das haben wollen, sei es für ihre Blogs, ihre Firma. Und da geht also dieser Artikel darum, um ja, wie kann man das vielleicht effektiver machen und die Leute weniger nerven. Der Artikel ist relativ dröge und uninteressant. Und es gibt natürlich dann auch kleine Werbung für ihre eigenen Produkte, wie man quasi da das Ganze rumtriggern kann. Und dann natürlich zum Schluss ploppt das natürlich auf. Und da habe ich mir gern gesagt, gut, Freunde der Sonne, ich fülle das mal aus. Mhm. Gut, ich habe es ausgefüllt und normalerweise, wenn du vor allem auf irgendwelchen Blogs hingehst und das, ich habe es für zwei Blogs, habe ich das tatsächlich ausgefüllt, weil diese zwei Blogs ich tatsächlich interessant fand. Gleichzeitig habe ich die Leute dahinter auf Twitter kontaktiert und gesagt, ey, eure Lightboxes sind so scheiße. Ich mag euch, habe euch lieb, habe es trotzdem abonniert. Aber bitte macht die weg. Und die haben sich tatsächlich darum gekümmert, weil die haben gemerkt, ja gut, danke für das Feedback, ist in Ordnung und ein paar Mal hieß es noch, aber wir haben dann so viele Leute ihre Mailadresse eingeben. Ich werde jetzt gleich darauf eingehen, was mit diesen vielen Leuten ist, die ihre Mailadresse eingeben. Auf jeden Fall habe ich diese Adresse eingegeben und dann kam das hier. Das war meine Assoziation. Und dann sieht man so Interwebs, die wollen schließlich auch die Netzleute damit ansprechen. Oh, ich habe mich so angesprochen gefühlt. Und das Stimmste ist, als ich da noch runtergescrollt war, das Ding konntest du noch runterscrollen. Ich habe jetzt mir das, ich werde es nicht wiedergeben, aber da kam noch dieses lustige Video mit diesem, ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein seltsames Wesen mit einem Blitz auf dem Kopf, drei Augen und es frisst gerade ein HTML-Tag. Glauben nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall sieht es gruselig aus. Sehr, sehr gruselig. Selbst Leute, denke ich, die irgendwelche Online-Shops haben, die irgendwelche Firmen haben, die irgendwelche Blobs betreiben, wollen sich doch nicht so verarschen lassen und merken, vielleicht auch dann, okay, dann lasse ich das mit diesen dummen Sachen und ja, ja, weiter, das ist halt diese Habgier, diese Gefräßigkeit und mal so ein bisschen wieder auf Dante oder so diese mittelalterlichen Darstellungen, das ist halt, ja, diese ganzen Businessleute, diese ganzen, ich habe so das Gefühl, das ist wie so eine Art Biotop, so ein Tümpel, die dann einfach sagen, ja, wir machen unsere ganze Technologie um irgendwelche Klicks zu generieren, um irgendwelche, wie heißt es, Conversions zu generieren und pissen aber alle anderen Leute ab damit. Und ich würde das quasi als Sünde des Netzzeitalters bezeichnen. ja, und da gibt es sogar sowas hier. Keiler mag das, aber wir machen es trotzdem. Hihi! Und ich will mal so ein bisschen zeigen, so im Wilden, wie das halt jemandem, der einfach so beim Bloglesen einfach tierisch nerven kann, zum Beispiel liest du das hier, oh, interessant, gut, extrovertiert, introvertiert, das ist ja für Leute wie uns, ist ja gerade am Lesen, dann kommt das. Alter! Ich will nichts von eurer scheiß Hautpflege wissen, auch wenn ich eine Pflaume wäre, fickt euch! Genauso, ja. Und dann heißt es so, ja, wenn ich, also jetzt nicht in Leuten, in unseren Kreisen bin, sondern eher so auf Orten wie der Republika bin, wo halt eher die, ja, die werbeaffineren Leute auch rumlaufen, die als Menschen echt nett sind, aber so von ihren Ideen, was Werbung und Netzkommunikation betrifft, echt noch lernen müssen. Ja, dann kriegt man halt so eine Antwort. Und ihr wisst, wie Leute wie wir reagieren, wenn man mit einem Status Quo als Begründung konfrontiert wird. Challenge accepted. Und jetzt möchte ich halt einfach darauf eingehen, warum es eben nicht so sein sollte. Warum diese ganze fadenscheidende Argumente mit Zahlen und Conversions und so weiter einfach scheiße ist. Der Mensch, der also diese äh, 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 Tapclose didn't read, hat, äh, 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 blogpost auf Medium gemacht. Oh, scheiße, ist wieder so ein scheiß Pop-Up, muss ich wegmachen. Ja, auf jeden Fall hat er das sehr schön gemacht. Er gibt das einen Satz, der einfach für mich so ganz essentiell war. Also es geht eigentlich darum, was möchten wir sehen, was, wie wollen wir in unserer digitalen Umwelt wahr, also sozusagen von den Providern wahrgenommen werden, was möchten wir wahrnehmen und wer bestimmt darüber, was gesehen wird und wer was sieht. Und da kommt man sehr schnell in, äh, sozusagen darauf, dass es vielleicht auch darum geht, dass wir auch nicht nur in der, äh, physischen Welt, wo es Wälder gibt, wo es Bäche gibt, wo es Naturzuschützen gibt, wo es keine Oilspills geben darf, aber es doch gibt, wo Leute ihren Müll rumschmeißen und, äh, andere Leute hinterherräumen müssen und es kümmert also aber diese Businessleute nicht. Das ist denen scheißegal. Stattdessen sehen sie nur das hier. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsgifts. Das ist so gut. Das trifft so gut. Es ist nur sehr böse. Und da möchte ich halt jetzt noch so ein paar, äh, Stichpunkte in den Raum schmeißen, zum Beispiel sowas wie Bildsturmhoheit. Darf ich nicht über, darüber bestimmen, was ich sehen möchte und könnte vielleicht jetzt nicht, obwohl mir Leute was verkaufen wollen, sie mich nicht in Ruhe lassen, denn wenn ich gute Laune habe und ich quasi im Netz meiner Wege gehen kann, bin ich vielleicht eher dazu bereit, vor allem wenn ich meine Väter-Souveränität anwenden darf, bin ich eher bereit, Dinge zu kaufen, als, äh, wenn man mich die ganze Zeit bedrängt. Und da denke ich halt auch die ganzen, äh, Werbetreibenden, die ganzen, äh, ja, da steckt ja so ein ganzes Konglomerat dahinter von, äh, diesen Aggregatoren, die diese Werbung, wie so eine Art, äh, jetzt habe ich das auf Englisch gelesen, ein bisschen im englischen Kopf, verzeiht mich, ich muss das gerade mal auf Deutsch übersetzen, genau, das ist sowas wie, so, wie eine digitale, ähm, wie, 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 wie so eine Auktion, die einfach, äh, computergesteuert stattfindet und quasi irgendjemand setzt eine Werbung rein, für irgendwie auf Spiegel zu zeigen, wie auch immer, und dann wird so eine Auktion abgegangen und wenn quasi so, dass das dann auch bezahlt werden kann, höchst bieten, dann kommt das halt einfach für eine gewisse Zeit dahin, damit die Kunden das sehen können. Aber kein Mensch interessiert es. Stattdessen könnten die Leute, äh, äh, hingehen und mehr Respekt zeigen, für, denke ich, finde ich jetzt halt mal, für, für ihre potenziellen Kunden, niemanden zumüllen, denn es gibt nun mal Artblocker, es gibt nun mal die Technologie, mit der sich die Leute schützen und das machen sie nicht umsonst. Und wenn ich also hingehe und sage, ich, äh, will die Werbung fast zur Bürgerpflicht erheben und werde halt gleichzeitig getrackt mit Cookies und dies und das, während die NSA auch noch im Hintergrund rumleucht. Wer geht da mit wem ins Bett, fragt man sich dann. Ich denke, Fefe hätte da zu viel zu erzählen. Auf jeden Fall ist das nicht sehr, äh, vertrauenserweckend und, äh, ich bin ja so ein Mensch, ich bin jetzt kein konsumkritischer Mensch, im Gegenteil, ich hab, ich hab viel Spaß daran, gute, schöne Dinge zu kaufen, aber meistens von Leuten, die wissen, wie man verkauft, also nicht aufdringlich, sondern wie man mich richtig lockt. Und zwar nicht durch Rumgeblinge und so weiter, sondern wie man einfach mit einem Menschen nett umgeht, um diesen Menschen das zu verkaufen. Das ist eine uralte Kunst, die ist tausende von Jahre alt. Da braucht man nicht irgendwelche Prognostizierungen, dafür muss man Leute nicht überwachen, dafür braucht man Menschenkenntnis und Respekt. Was? Genau, eben. Und jetzt hab ich mal so eine Idee gehabt, wie könnte man das digital umsetzen? Und das ist halt, ich hab jetzt ein Beispiel genommen, das ist so, bissl noch 90, aber das ist etwas, wo man auf jeden Fall sehen kann, wie ein bestimmtes Produkt aus den Staaten nach Europa kam, durch ein mediales Erscheinen dieses Produktes. Das sind die zwei Damen von einer Serie namens Sex in the City oder auch ein schönes Pony, das auch gerne Cupcakes isst. Auf jeden Fall hat sich durch diese Serie das Phänomen, also von diesen kleinen, niedlichen Küchlein, die übrigens keine Muffins sind, mit viel Buttercreme obendrauf, bis auf die ganze Welt verteilt, weil die Leute diese Serie gesehen haben, weil die Leute gesehen haben, oh, das sieht ja lecker aus, es ist süß, es ist bestimmt total lecker, dann tauchten Foodporn-Bilder im Netz auf, Cupcakes, super Regenbogenfarben und so weiter, willst du natürlich haben und dann eröffnen natürlich Leute Läden bis in den kleinsten Butze rein, irgendwelche Fastfood-Läden verkaufen das auch, weil einfach das sich wie ein Mem fortpflanzt. Und wenn man hingeht und sagt, gut, ich stelle Dinge her und ich sehe, da sind Leute, die gucken irgendwelche Serien, irgendwelche Filme, wo Dinge vorkommen, Dinge gegessen werden, Dinge getragen werden, Dinge benutzt werden und ich sehe, wie Fandoms oder was auch immer darauf reagiert und irgendwie, keine Ahnung, die Schuhe vom Doktor haben will und den Hut von, keine Ahnung wen, da könnte ich hingehen und sowas ähnliches auch anbieten. Das wird verkauft werden. Weil das ist nämlich der Effekt, der dann wirklich eintritt. Und das kriegt man nicht durch Pop-Ups. Ja, genau, Instagram oder Pinterest und so weiter. Das sind halt übrigens schönes Money-Quote. Ich habe das jetzt halt nur, es ist mir gerade eingefallen, sonst hätte ich noch das Zitat eingebaut. Und zwar gab es, ich glaube, letztes Jahr war das eine Anhörung im NRW-Landtag zum Thema Leistungsschutzrecht. Und kein Geringerer als Christoph Käse von Springer war eingeladen. Das war übrigens der Einzige, der für das Leistungsschutzrecht argumentiert hat. Zwei Dinge hat er gesagt, die ich sehr denkwürdig fand. Das erste war eine platte Lüge. Er behauptete, ja, Robots-TXT wäre ja von Google erfunden worden. Mh, Mh, Honey. Mh, Mh. Das nächste war dann eine wilde Schimpftriade auf das Netz, unter anderem Pinterest und Co., wo ich dann da saß, das Gesicht formierte und dachte so, Gott, das ist doch genau das für die Werbung. Ja gut, aber es gehört ja nicht euch. Und ihr seht euch eigentlich als Werbeplattform. Das ist ja eigentlich nichts anderes als Neidhamelei. Dann baut euch von mir aus ein Bild-Pinterest auf. Ist mir völlig egal, aber hört auf, Leute zu belästigen und mit euren alten, modischen, blöden Werbephilosophien, die aus dem 20. Ja, das ist hier aus dem 20. Jahrhundert. Mal sehen, ob euch was daran auffällt. Hört euch was daran auf? Ja. Ja, ja, das ist irgendwie so ein bisschen sehr, das sieht sehr interessant aus. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich so den Eindruck, dass, und zwar folgendes ist, die Rezeption von Werbung wird, glaube ich, mancherorts immer noch vermutet, dass es wie im 20. Jahrhundert ist, wo Leute vielleicht eine Zeitschrift gelesen haben, Fernsehen geguckt haben und draußen Billboards gesehen haben. Heutzutage ist aber so viele, so eine starke mediale Durchdringung, dass Leute gleich nachher aufstehen, ihr Smartphone rausholen und ihre Nachrichten lesen, ihre Chats lesen, was auch immer und die ganze Zeit eben medial unterwegs sind und dadurch natürlich empfindlicher geworden sind. Und dann ist natürlich dann die Bereitschaft höher, dir einen Adblock zu installieren, während du jetzt im realen Leben nicht die Augen zumachen kannst, um die scheiß Billboards nicht zu sehen. Die kannst du ja irgendwie ausblenden. Gut. Hiermit möchte ich nämlich zusammenfassen. Und möchte jetzt extra gleich vorschlagen, in der Sprache der Leute, die das eigentlich auch betrifft, das hier. Ich werde es nicht sagen. Es geht weiter. Cyber. Cyber. Das, wenn Leute nicht ernst genommen werden und das ist jetzt mal so ein bisschen globaler und jetzt kommt so ein bisschen so ein bisschen, bisschen ernsterer Teil, weil jetzt kommen wir quasi in die Sphären der Hölle vor, die also nach der Habsucht und der Gier und der Lüsternheit und so weiter so die noch schlimmeren Seelen. Das sind wirklich so die, die Orte, wo also die Seelen in der Hölle wirklich von den Sathänen gepiesackt werden und wo quasi eigentlich, eigentlich nur die Katholiken reinkommen. Die wollen das nämlich so. und wenn Menschen egal jetzt wie nicht ernst genommen werden, kommt es zu Zorn und Zorn ist sehr irrational. Und das ist jetzt alles, was ich zu Deutschland und Europa sagen möchte. Wir wissen es genug, wir reden oft genug darüber und ich werde jetzt so ein bisschen über den Teich gehen, weil das quasi, ja, ein bisschen mehr Abstand hat, aber trotzdem, ja, wir können so ein bisschen noch reflektieren und sehen, wozu das führt. Eben, dass Leute sich nicht ernst genommen fühlen, dass es immer mehr so eine Distanz gibt zwischen Leuten, die Entscheidungen treffen und Leute, die leben und mit diesen Entscheidungen, die tierisch unpraktisch sind, die nichts mehr mit ihrer Realität zu tun haben, sauer werden und dann jemanden suchen, der einfache Lösungen bietet, denn wenig nachdenken ist irgendwie bequem. Und dann kommt halt so jemand. Ich finde, das ist Kunst. Wart mal ab. Now sissy that walk. Eine Drag Queen. Schaut mal. Das ist Trumpina. Ist sie nicht schön? Daisy Trump. Die sieht doch gut aus. Allerdings führt es jetzt aber auch dazu. Und jetzt kommen wir zur Ketzerei. Der Gottwind. Der Gottwind ist ja auch meistens auch in Online-Diskursen da, um entweder ein Gespräch zu beenden, aber auch irgendwie um eine Art letztendlich von einem verzweifelten Menschen, der keine Argumente mehr hat, dafür da, um irgendwie zu sagen, du, mit dem ich rede, für mich hast du eine Grenze übertreten, für mich bist du irgendwie heretisch, du bist genauso scheiße und schlimm wie die Nazis und böser Nazi, obwohl der andere Mensch überhaupt nichts über Nazis gesagt hat. Aber ja, das ist irgendwie auch so eine Art Bezichtigung der Ketzerei. und darum möchte ich jetzt so ein bisschen ganz klein, ich habe jetzt nicht so viele, aber prägnante, über den Golden Godwind sprechen. Aber dazu fällt mir so ein Exkurs ein, und zwar darunter, dieses Bild, diese Werbung, das ist total süß. Und zwar hat mich letztens jemand online gefragt, das ging um den Brexit, gefragt, was haben die Briten jemals vor Europa getan? Ihr sollt doch lieber raus, ihr seid doof und überhaupt. Und das sagt dieser Mensch jemanden, der bei diesem Brexit nicht mal mitwählen darf. Das Schöne ist nämlich, wenn man sozusagen mehr als 15 Jahre nicht dort zum Wählen registriert war oder dort gelebt hat, darf man quasi als britischer Migrant auf dem europäischen Festland bei diesem Referendum nicht mitwählen. Und da sind Millionen davon. Und die regen sich zurzeit tierisch auf. Und dann kommen irgendwelche Leute daher und splanen rum gegenüber, also Brit-Splaning, also könnte man quasi sagen, Continental-Splaning gegenüber den armen Inselaffen und sagen, ja, was habt ihr denn? Ja, ihr habt so einen doofen Cameron und doch so und ihr seid doof und ihr könnt doch raus. Und dann sitzt du da und sagst du so, eigentlich haben wir sehr viel vor Europa getan. Und das ist zum Beispiel hier ein süßes Beispiel, das ist mir eben aufgefallen, und zwar diese Fläschchen, das ist ein Schaumwein aus Großbritannien, der eine sehr, sehr lange Tradition hat. Und zwar ist das ein aus Birnen hergestellter Schaumwein, der sehr trocken ist und eigentlich sehr ähnlich wie Champagner schmeckt. Und diese Technik ist Jahrhunderte alt und selbst noch vor Hunderten von Jahren, bevor Dom Perignon überhaupt da war, haben sich Engländer aus der Champagne Wein importiert und den dann in England mit Kohlensäure versetzt, mit dem späteren Verfahren, was das Champagnerverfahren ist. Und das wurde dann wieder zurückimportiert nach Frankreich. Genauso auch wie die Haute Couture und auch Teile, und das glaubt man heute, sage ich kaum, auch von der Haute Cuisine. Also es gab sehr viele Dinge, die zur Hochkultur gehören oder auch Sachen wie Shakespeare, die ganze schöne Popkultur. Ich sage nur Dr. Hu. Kommt alles aus Großbritannien, deswegen Kryptobriten gegen den Brexit. Und es gibt viele Kryptobriten bei uns im Club. Ihr kennt mindestens einen noch. Aber jetzt zum Golden Godwin wieder. Hier habe ich jetzt eine Nazi-Keule quasi ausgepackt, sie ist aus Schweinefleisch. Ihr wisst ja, Schweinefleischpflicht, ganz wichtig. Und der erste Kandidatin für den Golden Godwin ist Frau Engelke. Dieses Jahr bei der Berlinale ist die hingegangen und hat über den Film von George Clooney und zwar das kennt den jemand? Genau, wo es eben darum geht, die Kunstschätze, die die Nazis geraubt haben, in die Staaten zurückzurauben. Und dann sagte sie das hier. Ja, das ist ziemlich shady. Und da haben sich auf Facebook ganz viele aufgeregt. Wie kann man diese Nazi-Keule und wir hier in Deutschland, wir sind doch nicht so schlimm und aufregen und Plank Ausrufezeichen. Ja eben, ja das ja, das ist das Einzige, genau, richtig gesehen. Ein Gummipunkt für dich. Oh, warte mal, ich habe eh noch was. Fällt mir ein wegen Gummipunkt, ich habe ja noch was. Ich habe ja noch was und zwar ich habe noch ein richtiges physisches mitbringsel. Ich hatte das auch damals getwittert und zwar ist mir in einer Bäckerei auf dem tiefsten Lande im Nirgendwo das hier aufgefallen. Ich könnte das auch gleich rumgehen lassen, wie es auch in der Uni war. Das ist ein schönes Heft mit Events. Das ist wunderbar. Das ist irgendwo Südwestfalen, fast Pfalz, wo auch immer. Und dann hat man eben diese abenteuerlichen 80er-Jahre-Grafiken noch. Einfach das Cover reicht. Ja. Ja. Natürlich. Hüttengaudi. Oh, tell me more. Not. Deter vielleicht bei dem Junk. Ja gut, stimmt. Genau Dresden. Wäre es glaube ich eher, aber vielleicht ist dir einfach gerade mal Leipzig eingefallen. Wer weiß, vielleicht hatte Frau Engelke ein Erlebnis dort. Das nächste, die nächste Kandidatur für den Golden Godwin ist quasi ein Meta-Godwin. Und zwar habt ihr vielleicht mitgekriegt bei dieser Trump-Rally, die ich auch vorhin gezeigt habe, wie sie da den rechten Hand heben, um zu versprechen, dass sie Trump wählen würden. Ja. War schon sehr speziell. Und da habe ich schon öfters auch gedacht, ja eigentlich ist heutzutage Godwins Law fast wieder ausgesetzt, weil heutzutage kann man Nazi-Verbreiche bringen, die stimmen halt leider und das ist das Schlimme dran. Allerdings schafft es die berühmte Springer-Presse doch wieder richtigen Godwin zu machen. Also ich sah diese Schlagzeile, hab das sofort abgespeichert und gesagt, okay, das kommt hier in diese Show rein. Muss. Christel, bist du noch mit? Und zur Info, wenn es nämlich eine Hitler-Droge gibt und das sage ich als Crypto-Brit, gibt es auch nämlich eine Anti-Hitler-Droge. Das ist nämlich natürlich Anti-Hitler-Churchill. Das ist der Churchill-Martini. Wunderbares Getränk, gehört auch zu meinen Lieblingen. eigentlich nur Gin und man hat vielleicht irgendwo noch eine Flasche Vermut am anderen Ende des Raumes stehen oder man hat sozusagen sein Gin, der straight up ins Martini-Glas kommt mit einer Olive oder Zitronenzeste und wedelt es so in Richtung Frankreich oder Italien, je nachdem, welche Region von Vermut man bevorzugt. Das ist einfach. und das fertige Produkt sieht so aus. Das, was da passiert, das ist jetzt mal so ein bisschen klassische Cocktail-Kunde für euch, vor allem, weil beim Kongress, das war auch bei der, wie hieß die, wie er unbezahlbar? Oben im vierten Stock. Die war sehr, sehr gut. Die Leute haben wirklich gerafft, wie das funktioniert. Und zwar drückt der Barmensch da, wahrscheinlich Barmann, wie das von der Klamotten her aussieht, drückt die Zester aus, damit also das Zitronenöl aus der Zeste in das Glas reingeht und dann kann man noch die Zeste irgendwie am Glas noch entlang hauen und noch an dem Glasrand entlang und der ganze Drink ist wie Parfum. Es ist großartig. Ich kann diesen Drink nur empfehlen. Aber nachdem wir jetzt an Alkohol gedacht haben, geht es weiter durch die Hölle. Und zwar das sind die niedersten Ränge der Hölle, die untersten Kreise von Gewalt, Täuschung und Verrat. Und diesen Teil der Hölle habe ich für einen ganz besonderen Teil unserer Sorgen, unserer sozusagen gerade Leute wie uns eben aufgehoben und zwar das hier. Dieser immerwährende Kampf. Es fing ja schon damit an, dass sich damals noch, es hat sich heutzutage ein bisschen verschoben, die Diskussion, und zwar diese Kultur-Fledderer. Erinnert ihr euch noch, wie diese Krimi-Autorengruppe Syndikat diese Fotos gemacht hat? Und das war alles natürlich gerade ein Netz. Menschen haben sich so ziemlich aufgeregt und gesagt, was ist das auch scheiße? Wir füllen uns dadurch vor den Kopf gestoßen, weil wir sind gar nicht so fies. Wir kaufen ja euch eure Sachen, wenn wir sie kaufen können. und mittlerweile hat auch selbst ein Mitglied dieses Syndikats gesagt, ja gut, stimmt, eigentlich möchte ich lieber meine Filme verschenken und hingehen, die unter einer Zwangslizenz stellen, wie bei einer Cover-Version und dann können Leute eine Plattform aufbauen, um diese Sachen zu streamen und die entweder werbefinanziert machen oder eben Bezahldienst draus machen, aber ohne irgendwelche Lizenzen zu verkaufen, einfach eine Zwangslizenz global, damit einfach die ganzen Filme irgendwo gestreamt werden können. Und sein Argument war, dass es gerade für kleinere Arthouse-Filme, kleines Kino, regionales Kino aus verschiedenen europäischen Ländern oder auch Ländern dieser Welt, möglich sein kann, von irgendeiner vielleicht sich auf bestimmte Sachen spezialisierende Filmplattform, die sagen, okay, wir machen nur asiatisches Arthouse oder nur 60er-Jahre-Kino, kriegen dann also diese Filme unter dieser Zwangsdizenz, wo sie dann, wenn sie Geld dafür verlangen oder Werbeeinnahmen haben, hingehen können und das dann wie Tantiemen für Musik abdrücken können, wie es bei der Cover-Version ist. Finde ich eine ziemlich kluge Sache. Allerdings dreht es sich aber weiter. Diesmal Netflix. Und das ist das halt, was ich besonders unverschämt finde. Denn was hier dahinter steckt, es wird also von Piraterie gesprochen, obwohl Leute, die Netflix haben, bezahlen. Die bezahlen dafür Zugang zu diesen Diensthams, weil sie sagen, ich möchte jetzt eben nicht zum Torrent gehen, ich möchte nicht zur Kino-TO gehen, sondern ich möchte es wirklich sicher haben, weil ich will auch, dass die Filmschaffenden Geld bekommen und alle anderen, die dranhängen, weil es ist schweineteuer, einen Film zu drehen. Ich habe mich mal mit einer Regisseurin unterhalten und die sagte zu mir, du kannst dir ungefähr vorstellen, für einen Tag Film drehen kostet es so viel wie einmal Rolling Stones. Tour, riesengroß, mit lauter LKWs. Das brauchst du halt auch, um Film zu drehen. Das ist teuer. Es ist halt teurer, als ein Buch zu schreiben, es ist teurer, als Musik aufzunehmen, aber so teuer, wie zum Beispiel ein Live-Konzert an einem Abend. Und das halt, um einen ganzen großen Film zu drehen. Und da muss das Geld natürlich wieder reinkommen. Dafür sind halt diese Bezahlmodelle, die eigentlich gut sind, ehrlich sind, aber leider mit Geoblocking. Dieses Comic hier zeigt halt auch schön, Leute geben gern Geld für Dinge aus. Die sagen ja gut, für meine Kulturbedürfnisse zahle ich gern viel Geld und prasse rum, während ich vielleicht für meine alltäglichen Einkäufe eher mal zum Discounter gehe, günstig. Da esse ich halt mal Brot statt einen Schnitzel, was auch immer. Aber dafür kann ich mir einen Haufen Bücherfilme, alles Spiele und so weiter kaufen. Und das ist halt etwas, das die Content-Industrie irgendwie noch raffen muss. Bis dahin sehen wir eben noch diese Dinge. Das krasseste ist das hier. Kochrezepte. Geoblocking. So weit sind wir schon. Aber es gibt Rettung. I will go to change this. I am going to change this in the Europe so that the Geoblocking will be gone. Ich hoffe. Ja. Bis dahin heißt es Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle. Und diese ganze Sache mit Geoblocking hängt ja eben daran, wenn ich natürlich für verschiedene Regionen, verschiedene Länder, verschiedene Lizenzen habe, habe ich natürlich dadurch, dass es verschiedene sind, mehr Lizenzen, die ich verkaufen kann. Ergo kann ich mehr Geld einnehmen. Gut, aus der Indie-Branche heißt es ja gut, gerade durch diese Streuung können wir mehr Geld verdienen. Außerdem hast du dann noch die ganzen verschiedenen Filmplattformen, weil Netflix ist ja nicht alleine. Es gibt einen Haufen andere Dienste oder Sender, die jetzt exklusiv ihre Inhalte haben, sei es HBO oder jetzt CBS aktuell. Das wird ja, glaube ich, für viele Leute hier interessant werden, wenn die neue Star Trek-Serie kommt. Die wird auch erstmals auf so einer exklusiven Plattform sein, um für diese Plattform zu werben, wieder mal eingesperrt. Ich zähle die Minuten, bis das auf den Tollen ist. Hallo, Star Trek-Serie, endlich! Bis dahin wird man uns sagen, dass es so ist. Hätte, 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 hätte. Und die raffen nicht, dass wir lieber ihnen ihr Geld in den Rachen schmeißen würden, wenn man uns nur lassen würde. Und irgendein schlauer Mensch hat auf Twitter dann auch mal einen filmschaffenden Menschen gefragt. Und ich möchte jetzt, bevor ich jetzt umschalte, diese Person vorstellen. Und zwar, es handelt sich um jemanden, kommt ursprünglich aus Mannheim, hat einen Migrationshintergrund, halb arabisch, halb deutsch, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Und wollte hier in Deutschland ins Filmgeschäft, in die Filmschule gehen, kommt aber aus einer Arbeiterfamilie, hatte keine Chance. Wir wissen, wie es ist mit der Filmförderung und die Filmausbildung in Deutschland. Es ist extrem elitär. Und ist aber stattdessen noch Hollywood. Hat erst, weil sehr erfahren mit Martial Arts und sich sehr viel mit Martial Arts beschäftigen, viel, so angefangen, vielleicht ein bisschen zu schauspielern und vor allem Stunts zu machen. und wurde dann von niemand Geringerem als Chuck Norris entdeckt. Ladies and gentlebooks, I present Lexi Alexander. Sie wurde also gefragt, ja, was ist hier mit deinem Film Green Streets, Hooligans, das ist ein toller Film, ich würde den gerne gucken, aber ich komme hier nicht dran. Sie sagt einfach torrented. Ansonsten halt da oben, ja, wenn du natürlich einen einfachen Zugang hast, ist es ihr natürlich auch lieber, dass man entweder halt das über Netflix guckt oder über wie auch immer dafür bezahlen kann, aber ansonsten, wenn man nicht rankommt, wenn man quasi für diesen Film niemanden Geld in den Rachen schmeißen kann, geh doch verdammt nochmal zu torrent, weil dann sind die selber schuld. Also kommen wir wieder, auch wie es bei der Werbung war, shut up and take my money. Wäre doch schöner und mit viel Respekt, denn man muss wissen, es ist eine Welt, Geoblocking ist scheiße und die Welt ist vernetzt und unsere Netzkultur, wenn wir irgendein Meme haben, irgendetwas sehen und erfahren, es kommt aus der und der Serie und diese Serie, wie ich will, will ich sehen und GIFs sind Werbung für Serien. Wer hat schon Serien wegen GIFs geguckt? Ja, genau. Und das müssen sie nämlich tun. Deal with it. Und zum Schluss möchte ich euch noch mit Karlauern belästigen. Und zwar trinkt einer gern von euch Whisky? Sehr schön. Also ich verrate euch jetzt mal, aus welcher Gegend ich gern Whisky trinke. Ich slay. Ja, ansonsten, Kosmos sind auch lecker. Vielen Dank. Ihr wart toll. Richtig Spaß gemacht. Habt ihr vielleicht noch Anmerkungen, Schatze Mausis? Wart mal. Henni, ganz einfach. Du weißt ja, wie das ist, wenn Leute fragen. Du hast den Hut. Ich seh meiner. Ich wusste es. Du hast den Hut. Ja, mach das doch. Mach das so eine Art Cyberpiece. Und kette dich an so eine... Am besten müsste man hingehen bei der DMexco, sich irgendwo hinketten. Um dann die ganzen, ganzen, äh, ganzen digitalen Webwerbefutzig zu sagen, wir wollen unsere digitale Umwelt schützen. Und ihr macht die uns kaputt. so, auch noch Anmerkungen? Möchte noch jemand was? Das ist auch so recht schön. Halbherzig ist, dass es bei Leuten auf Twitter ein Ding, was wir posten, auch ein Teil. Ja, Tweetception. Oder was? Ja, wir kennen ihn alle. Hallo, Christian. Hallo. Ach. Ja, genauso, was ich halt im Twitter beim neuen Interface so krass blöd finde. Du hast quasi so eine, ähm, du hast quasi auf Twitter so jemand, der was retweetet hat mit einem Kommentar oben. Was sagst du? Was sagst du? Du hast gesprochen? Ach so, ihr habt miteinander... Nicht im Klassenraum miteinander reden, das macht man nicht. Ich brauch Kreide zum Schmeißen. Äh, äh, nee, äh, und zwar bei Twitter ist es halt so, du hast sozusagen, eigentlich finde ich es gut, du kannst was mit Kommentar retweeten. Ruhe! Du kannst was mit Kommentar retweeten, aber wenn du dann auf den Original Link gehen willst, kriegst du nochmal den Original Tweet angezeigt, bevor du dann endlich da den Link nochmal klicken kannst. Gibt's noch was? Ja. Nee, hat sich das geändert? Wenn dein Display klein genug ist, wird du schlicht auf das Bild, das Bild kleiner. Ja. Oh ja, das gibt's auch, das gibt's auch, gibt's auch auf irgendwelchen Läden. Ja, ja. Weil es ist ja noch haufenweise den Unterkund verdunkel, vielleicht gleich mal und so weiter. Ach, schön, ne? Ja. Ja. Die Facebook lädt als erstes die komplette Webseite. Ja. Danach checkt es, ob du ein... Du bist wirklich da? Du gehst da hin? Ja. Wenn du auch... Die komplette Webseite und dann checkt es, was du nicht eingeloggt bist. Und dann... Und dann... Kommt noch wieder so ein... Ach, wieder so ein Overlay. Ja, dann musst du auch die... Bitte lock dich einseiten. Ich sag's mal so, ein lieber Freund von mir, der Joel, vielleicht kennt jemand von euch, ihn, er ist ja auch hier im Klub. Joel hat mal was sehr Kluges über Facebook gesagt. Er sagte, wahrscheinlich ist deren inoffizielles Firmenmotto im Zweifel immer hässlich. Ja, hässlich scheiße. Interchangeable. So, gibt's sonst noch was? Ansonsten hätte ich nämlich langsam Lust auf einen Chunk. Langsam. Was? Oben, ja gut. Dann gibt's oben. Dann gibt's ounce